Willkommen, ich zeige Ihnen heute ein Megaschnäppchen und zwar zwei Sofas als Sofagruppe Dolly von Tommy M. Tommy Machalke in einem neuen Leder semi-vintage grau meliert. Ein Leder, das ganz toll in der Wirkung ist, richtig natürlich wirkt und auch einen tollen Griff hat. Es ist die Mustergruppe, die nur gebaut wurde, damit man das Leder sieht, das neue Leder auf der Garnitur. Wie fehlt es, wie wirkt es und können wir das Leder überhaupt verarbeiten. Dann kam die Gruppe zu uns und kostet jetzt ein Bruchteil dessen, was Sie im Fachhandel bezahlen würden. Dolly ist ein sehr klares, kurbisches Modell mit kompakten Außenmaßen. Die Sofas sind nur 1,70 Meter und 1,45 Meter groß und Sie können trotzdem wunderbar hier auch auf dem kleinen Sofa mal liegen. Das geht, weil die Armlehne nicht so hoch ist. Sie haben hier lose Rückenkissen mit diesem Einsteckbändel von Tommy M. Sie haben eine tolle Lederqualität, kompakte Außenmaße, schönen Sitzkomfort, macht er inzwischen, muss ich echt sagen, toll und einen tollen Preis. Dolly als Sofagarnitur in semi-vintage grau, passt das bei Ihnen? Dann würde ich mir überlegen, ob ich zuschnappe. Schnappen Sie und Tschüss! Schnappen Sie und Tschüss! Vielen Dank.